Hallo meine lieben Freunde, Advent, Advent und heute zünden wir das zweite Lichtlein an. Na mal, komm schon. Das zweite Lichtlein, das haben wir jetzt angezündet. Wir haben den zweiten Advent. Oh, wie wunderbar, wir sind in der Zeit der Besinnlichkeit, die wir jedes Jahr aufs Neue genießen. Allerdings befinden wir uns auch in der Geschenkezeit. Gut, alle Jahre wieder, wiederholen sich die Überlegungen, was kann ich nur dieser Person schenken. Und da habe ich einen Tipp. Schenke doch einen Geschenkgutschein, von der ja lichtvoller Engelkontakt. Vielleicht hat die Person, der du den Gutschein schenkst, ein Problem, wo sie keine Lösung dazu hat. Mag aber auch nicht andere Personen fragen. Bei der ja, kann sie jedoch eine professionelle Hilfe bekommen. Eine Beratung. Egal, worum es sich handelt. Oder die Beschenkte möchte durch Hypnose vom Rauchen befreit werden. Oder sie möchte abnehmen. Oder anderes mehr. Deria bietet vielerlei Hilfe an. Schenke Freude. Schenke Hilfe für eine besondere Lebensqualität. Wie du den Gutschein, bei der er ja kaufen kannst, wird in dem Video vom 20. November 2017 ganz genau erklärt. Ich wünsche euch einen richtig gemütlichen zweiten Advent. Mit leckeren, selbstgebackenen Plätzchen und einem wunderbaren heißen Tee. Freudige, lichtvolle Adventsgrüße von eurer Deria.